hallöchen leute ich bin jetzt hier abends unterwegs in dessau der natur auf der spur an der spundwand im luisium und ich habe etwas spannendes entdeckt guckt mal hier ein richtig hammer geiler riesengroßer kam euch der läuft hier einfach so rum ich hoffe ihr könnt ein bisschen erkennen hier wunderschönes tier und er kommt hier an dieser wand leider nicht weiter der will zu seinem leichtgewässer da kommt aber nicht hin und den werden wir jetzt mal helfen dass er rüberkommt ein prachtexemplar super